Hallo und herzlich willkommen back to Stellaris, die Station des galaktischen Marktes. Nein, nein, ich hätte ja eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen mehr bekommen als nur 10% Rabatt quasi. Also wie war das? Wir brauchen Terraforming, okay? Es gibt Leute tolle Sachen, alles gute Sachen, man kann mich gar nicht entscheiden, alles geil. Hier, Bauplätze plus eins. Ist das nicht gut? Wir machen Terraforming selbstverständlich. Ich will ja auch wissen, was es damit auf sich hat. So, hier neue Kolonie gegründet und gleich mal Kriminalität. Wie viel Bevölkerung haben wir? Zwei und einer davon ist ein Gauner. Ey, ihr seid so. Ihr seid so Leute echte. Könnt ihr doch nicht bringen. Was ist da los mit euch? Was seid ihr für welche überhaupt? Ja, Peer's Traditionalists und True Democracy Party. Oh yeah. Zufrieden sind sie beide. Alles gut. Nice. Nice. Jetzt aber eine Wohnung brauchen wir. Wir nehmen einen Job. Wir haben keinen verfügbaren Job, wenn mal tatsächlich diese entscheiden sollten zu wachsen. Es gibt sogar Immigration. Ja geil, weil wir gehen zu dem Planeten ohne Job. Da macht es halt am meisten. Freude, jetzt sollten wir eigentlich Credits uns holen und gerade das werden wir nicht tun. Vielleicht machen wir mal ein bisschen Essen. Komm. Machen wir mal eine Landwirtschaft. So, stopp. Ach so, okay, okay, okay. Ja, unsere Flotten haben sich jetzt auch teilweise hier in panturialischem Gebiet befunden. Und bei den Farinen und da sind die Grenzen, sorry, da sind die Grenzen ja dicht geworden. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier ein bisschen was an. Den Sektor-Karten-Modus. Ja. Ist cool. Hier ist nämlich alles ein Sektor von Rixaro Hauptwelt. Wenn man guckt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also es geht immer vier Felder weit von Rix. 1, 2, 3, 4. Seht ihr? 1, 2, 3. Ja, das könnten wir auch noch mit dem Ding haben. Vier. Ne, weil interessant wird es jetzt für unsere anderen Planeten. Und ich möchte das jetzt verdammt nochmal. Ich möchte das jetzt mal sehen. Das haben wir nie gemacht. Ich möchte das jetzt mal sehen. Haben wir nicht auf dem hohensten Planet, ha? Haben wir da nicht was? Das ist doch alles kacke. Ist doch alles blöd, Mann. Möchten wir gar nicht haben. Ja, genau. Das kann man nochmal schön sehen. Die KI-Grundhaltung. Also die Jungs hier, da ist nicht so gut. Die Farin. Die Banturian. Oh, so geht ja noch. Aber Banturian und Farin. Ungut. Ungut. Die Meinung, ja. Wenn man hier mal guckt, hier. Auch ganz, ganz schlecht. Mittelschlecht. Ja, und die Shabtak Archivists sind jetzt auch nicht die allertollsten minus 40, gell? Dagegen die Boubaria haben wir auf unserer Seite, Gott sei Dank. Also. Das Geile ist ja, wenn es zum Krieg kommt, ja. Zwischen den beiden, dann wären wir hier. Na gut, eigentlich nicht. Eigentlich sind die Banturian und Farin mittendrin. Aber wir grenzen halt schon auch ein bisschen an. So ist es jetzt auch nicht, gell? Nein, ich möchte. Verflucht nochmal. Auch nicht. Nein, das möchte ich alles gar nicht. Detail-Karten-Modus. Machen wir mal den ein. Der Detail-Karten-Modus. Ist ja auch blöd. Ich hätte jetzt ganz gerne eine Karte, wo ich sehen kann. Ah, okay. Ich habe hier auf Murust eine Kolonie, ja. Und da machen wir einen Sektor. Warum nicht? So. Nach dem Motto. Versteht ihr? Na ja, jedenfalls werden wir tatsächlich, Murust mit der Hauptstadt Erxis, werden wir einen Sektor erstellen. Habe ich es wieder nicht gepeilt, oder? Na klar. Also, vielleicht auch plus. Neuen Sektor erstellen. Das ist der Erxis-Sektor. Und mit einem Gouverneur, da holen wir uns einen. Wen holen wir uns? Blocker-Entferner, Verwaltungs-Limit von Bürokraten oder Forschung? Gute Frage. Ist ja fast auf Verwaltung am besten. Ähm. Na. Oder? Im Prinzip müssten wir eigentlich, müssten wir eigentlich fast Verwaltung machen. Wobei ich das dumm finde. Also, ich hätte lieber, ich hätte lieber Forschungslabore. Mach mal planetare Hauptstadt. Mach mal. Und dann mach mal. Gebäude verbessern. Wisst ihr, was wir machen denn, Forscher? Komm. Komm, wir machen den Forscher. Also. Also. Gouverneur. Gouverneur Tirano. Okay. Gibt mal nochmal. Ja. Den Sektoren-Karten-Modus. Es geht nämlich, ich brauche vier Felder jetzt von Moos. Eins, zwei, drei, vier. Seitdem. Gott sei Dank. Ich bin immer froh, wenn es dann auch tatsächlich passt und dann nicht irgendwie auf einmal sind es fünf und keiner weiß warum. Voll dumm. So haben wir jetzt hier noch irgendwo eine Kolonie. Ja. Kiram, natürlich. Natürlich. Natürlich haben wir Kiram Prime. Wie sieht es denn da aus mit euch? Also das haben wir gerade frisch gegründet, oder? Wo wir ein Wirtschaftsland-Distrikt bauen. Passt natürlich genau nicht rein. Ja, gut, ihr seid mal autonom. Meine lieben Kiramer. Und hier ist Nagaya-Habitat. Das müsste ja schon kolonisieren. Ja, wird auch schon kolonisiert. Gut, alles klar. Da sind wir schon am Arbeiten. Ja, passt eigentlich. Ganz cool. Trotzdem sind die gerade außerhalb. Aber Ampaldir haben wir auch eine Reichskolonie. Ampaldir Prime. Und da haben wir zwei Medizinarbeiter und keinen Kolonisten. Was? Echt jetzt? Macht das keinen Sinn? Na gut, aber dem scheint es ja richtig gut zu gehen auf der Wüstenwelt hier. Gewachsen wird auch wie verrückt. Immigration gibt es auch. Okay. Immigration ist ja schön und gut. Leute, wo kommen die her? Wo kommen die her? Frag ich mich jetzt mal so. Na okay, 0. 0. 1. Minus 1. Minus 1,2. Okay. Von Erxis ziehen sie weg. Ja, ist auch eine Dreckswelt. Und von Cashew ist auch eine verkommene Welt. Muss man auch wegziehen. Das verstehe ich. So, Blub Prime gehen sie hin. Okay. Also so kommt das zustande. So, Play. Trotzdem hätte ich das einfach ganz gerne, dass ich sehen kann. Ah okay, der Sektor ist für hier gut, ist für dort gut. Einfach ein bisschen übersichtlicher gestalten. Okay. Erst Kontakt. Und wir sind es spiritueller geworden. Ich habe es schon im Augen hier, Augenwinkel gesehen irgendwo. Holy Shield. Banturian. Dann wird er das hier mal übernehmen. Das macht halt schon Spaß. Das ist richtig echt. Ich muss das immer wieder betonen, weil es echt Spaß macht. Das macht richtig gutes Spiel. So ein Spiel im zweiten Weltkrieg. Und ich spreche jetzt nicht von Hearts of Iron 4 oder so. Ah. Das ist anders. Weiß nicht. Das fände ich mega. Wobei Hearts of Iron 4 wahrscheinlich dem am nächsten kommt. Aber hier ist halt einfach, keine Ahnung, hat man ganz große Freiheiten und weiß nicht zu schätzen. Archäologie-Projekt abgeschlossen. Das Wrack des Jut-Kolonieschiffs im Orbit von Iriamun-1 ist größtenteils in schlechtem Zustand. Unsere Archäologin und Seren-Archäologin ist aber trotzdem die Bergung der Unterlichtantriebe des Schiffs gelungen. Da die Jut nie die Lichtgeschwindigkeit erreichten, verließen sie sich bei der Expansion ihres Sternenreichs auf ihre Kälteschlaf-Technologie und ihre gut 1000 Jahre da unten Lebensspann. Interessanter Fund. Jawohl. Und 3522 Physikforschung. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir hier die Raffinerie-Station. Da haben wir jetzt tatsächlich einen Kulturarbeiter, der selbstverständlich da nicht lebt. Aber sie wachsen demnächst. Wird ganz cool. Also wir werden bald wachsen, Leute. Wir werden bald wachsen. Wenn man jetzt mal hinguckt. Lehrenbewohner. Ja. Da haben wir minus 10% Wachstum. Aber dann DNA-Mapping, Klonen, neues Leben. Und von Bewohner-Jobs. Und diese Bewohner-Jobs sind die Jobs hier. Die Medizinarbeiter. Ja. Erhöhen die Baugeschwindigkeit der organischen Städte. Okay. Das ist die Otzkoks-Wüste. Leute, wie geht's euch? Hier? Ah, Bewohnbarkeit 95%. Okay, dann passt doch. Dann ist du gut. Äh, play, 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 play. Okay. Gut. Hier sind unsere normalen, wie gesagt, Jamor. Jamor ist uns ein liebgewonnenes und wichtiges. Eine wichtige Station. Deswegen hat sie zwei Verteidigungen. Sie hat auch Rakete 2 mit diesen Pümpelchen drauf. Und er hier hat nur Fusionsraketen. Okay. Hm. Wir könnten mal noch die Raketen 1 aufwerten. Das machen wir selbstverständlich auch. Da muss man halt immer auch dran denken, gell? Ähm. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Raketen 1. So. Jetzt können wir nämlich hier das regenerative Rumpfgewebe reinmachen. Und wie wärs denn mit der Feuerkontrolle? Jetzt blickt man auch nie so hundertprozentig, was da was bringt, was da was verändert. Da macht sogar weniger Schaden, wenn man es drauf hat. Trefferchance. Plus 5. Okay. Machen wir halt. Finde ich cool. Speichern. Ja. Möchten wir beschreiben. Passt. Okay. Gut. Aber hier oben. Ah. Ich weiß nicht. Sollen wir die Weltraumtropelos mal auch drauf machen? Rumpfdurchschlag. Und das macht halt an der Panzerung Schaden. Komm. Machen wir. Machen wir. 50-50. So. Okay. Komm. Gut. Gut. Damit wären wir jetzt hier gewesen. Grade dein Ding mal ab. Und jetzt hier nochmal. Ja. Schiffswerft baut momentan nichts. Wir machen vielleicht ein paar kleine mal. Wir müssen wirklich gucken, obwohl wir so ein Output haben an Legierungen. dunkle Materie haben wir jetzt. Genau. Die wollen wir mal ein bisschen verschärfen. Oh oh. Und da oben seht ihr. Wird das Ding immer teurer. Alles klar. Beschluss wurde verabschiedet. Schutzengel. gut. Ja. Und dann kommt der Galaktische Rat. Und da sind wir dafür. Haben wir schon mal gesagt. Unterstützen wir. Was ist natürliche Sanktuarien? Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft minus 40 Prozent. Aha. Ablehnen. Sag mal auch gleich mal schon. Regulatorische Erleichterung. Bedeutung von Wirtschaft 20. Findet man gut. Fremdfinanzierte Freibeuterei. Handelsschutz plus 10. Handelswert. Wirtschaft. Weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Jedenfalls. Was haben wir jetzt beschlossen? Wir haben Schutzengel gemacht. Oh ja. Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke minus 20 Prozent. Moral der Verteidigungsarmee plus 15. Oh ja. Oh Gott. Sowas Dummes. Naja, okay. Gut. Gut. Das ist okay. Damit müssen wir halt leben. So. Hier bei unserer Singularity Nachricht von Bulvan Ancients. Otzkoks Wüste. Wir haben euren Mangel an technologischem Fortschritt mit Besorgnis beobachtet. Wenn ihr so langsam weitermacht, werdet ihr wohl niemals euer wahres Potential entfalten, bevor ihr euch selbst auslöscht oder von einer fortschrittlicheren Spezies erobert werdet. Zu eurer Unterstützung werden wir euch ein Daten-Cage mit wissenschaftlichem Wissen der Bovalia übermitteln, dessen Inhalt für euer Reich zweifelsohne für unschätzbarem Wert sein wird. Oh. Planetarschilde. Research concluded. Uhuhu. Planetarschilde. Alles klar. Planetarschildgenerator. So. Thank you für diese Wissenschaft. Sehr geil. Haha. Ah. Geil. Planetarschilde. Okay. Construction Project concluded. Bergmann Mandat erfüllt. Initial colonization phase commencing. Oh yes. So. Haben wir jetzt die Bergbaustation hier. Nämlich gebaut, gebildet. We built it. So. Stopp. Verschluss. Bla bla bla. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Fangen wir hier. Bei der Singularity. Schauen wir mal. System survey. Concluded. Warum die so stark ist eigentlich. Und die ist mega heftig. 4000. Wie kommt das eigentlich. Wir haben ja nichts. Außer Manga. Sonst haben wir ja eigentlich gar nichts. Na. Keine Ahnung. Na gut. Na. Stört mich nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Bis drama. Verbessern auf Stirnfeste. Da haben wir jetzt auch den Heuchtposten gebaut. Mal ein bisschen glotzen. Und wie sie sehen. Sehen sie nichts. Research concluded. Am Projekt wurde bereits davor. Dann lassen wir die Pfoten weg. Welches Schiff habe ich jetzt ausgewählt. Und dahin geschickt schon wieder? Habe ich dich dahin geschickt? Geht's im Hund durch System? Naja gut. Friedensangebot. Pentulan hat mit Chaskaran Frieden gestoßen. Geschlossen. Geschlossen. Aber alles Theokraten. Seht ihr mal. Das sind nicht die Einzigen. Ok. Wir haben jetzt die Terraforming Gase. Und die. Aha. Missing Icon. Was ist das? Was ist da los? Ok. Ermöglicht die Beseitigung von Typ 3 Stürmen. 59 Monate. Geht von der Menge her. Geht's sogar. Komm. Wir haben gesagt. Wir machen das. Das interessiert mich jetzt. Wir machen jetzt Gas Giant. Quality. Oh. Oh ja. Oh yes. Ich würde auch mal gerne ein Icon beisteuern, aber besser nicht. Ich bin leider nicht der Künstler genug dafür. Ja voll gut. Natürlich. Wir machen das. Wir machen das. Our evil. So. Murust. Research concluded. Stopp. Ah. Wir pendeln uns schon wieder langsam ein. Wir haben noch eine Sternbasenkapazität. Wir müssen die auch nutzen. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen keine Sternbasis. Ok. Also wo wäre es denn ganz wichtig? Für unseren Angriff unten wäre Tadaska wichtig. Singularity ist abgesichert. Hier oben. Jamor ist abgesichert. Bistrama ist abgesichert. Wir haben alles abgesichert. Von dort haben wir nichts zu erwarten. Nichts schlechtes. Meinungen? Da oben positiv. Alles gut. Ei. Da haben wir nichts schlechtes zu erwarten. Also von daher. Ja würde ich dann. Ja eben bei. 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 Bei Tadaska. Unsere Station bauen. Ok. Was haben wir erforscht? Den Hyperantrieb. 3. Ja. Gott sei Dank. Sehr gut. Und Überlichtgeschwindigkeit. Aber Energienexus. Oh. Leute. Aber auch die Physikforschung ist halt mega. Versteht ihr? Und wir können bessere Spionageeinsätze machen. Und haben Physikforschung. Verbesserte Forschungskommission. Oh Gott. Leute. Nein. Warum macht mich das so fertig? Das macht mich schon wieder richtig kaputt. Aber ein Energienexus. Den wir halt bräuchten. Wir gehen auf diese Forschung. Okay. Das ist gerade verschwunden mit dem. Da ist gerade schlecht. Die Pentulan. Oh. Ja Leute. Mit euch war es halt so. Wir waren mal Rival. Und dann wart ihr nicht mehr würdig Rivale zu sein von uns. Und wir stagnieren auch ein bisschen hier. Auf 6,5. Wir könnten mal den Krieg anfangen. Nein. Wir wollen doch keinen Krieg anfangen. Niemand will einen Krieg anfangen. Also ich. Ich will keinen Krieg anfangen. Vielleicht ein bisschen. So. Fleet Enhancement supplied. 48, 48, 48, 64, 48. Alles ein bisschen teuer. 32. Machen wir. Oh oh. War Schluss. Was? Aus dem sich anbrauenden Konflikt. Dankeschön. Kann nichts Gutes entstehen. Und so weiter. Aha. Aha. Meine Freunde. Ich sag euch mal was. Die Ben und die Farin. Aha. Also wir haben den Konflikt nie gewollt. Ich wollte euch ja vielleicht sogar mal eine Föderation reinholen. Aber unsere tollen Kumpels von der Föderation hier. Ja. Sind richtige. Verkommene Säcke. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Aber es ist halt einfach schwach. Aber hier. Wir haben eine Flotte von 2500. Uh. Okay. Und wir tragen 10% unserer Flotten Kapazität an unsere Föderation. Ja. Schön. Wir können sie nur nicht. Nur nicht nutzen. Gesamtkohesion. Minus 11. Junge. Echt. Und dann arbeiten wir auch noch dran. Leute. Braco. Kann man nicht mit euch mal ein bisschen hier reden? Freundlich. Das war alles schon mal besser. Ihr Steinfresser. Also sind sie ja. Die sind ja. Sie sind ja Stein. Stein. Fresser. Was machen denn unsere drei Gesandten? Wir hatten mal fünf glaube ich. Bei den Banturian haben wir ein Spionagenetz. Was? Na dann. Dafür sollte man auch mal was machen. Initial colonization phase complete. Infiltrations. Informationen sammeln. Kann unsere maximale Infiltrationsstufe für einige Zeit erhöht werden? Ja. Passt schon. So. Und unsere neue Kolonie. Nayaga. Okay. Wir haben einen arbeitslosen Arbeiter. 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 Ah ja. Wir haben hier Forschung. Gut. Aber es sind Forscher. Forscher sind ja keine Arbeiter. Hier. Sehe ich das falsch. Handwerker sind ein Arbeiter. Und wenn wir einen arbeitslosen Arbeiter haben. Wir probieren es mal. Wir machen mal ein Forschungsdistrikt. Weil wir halt forschen müssen. System survey concluded. Und dann machen wir jetzt diese. Die Klinik. Das ist die Klinik. Ja. Machen wir hin. Alles klar. Seltsame Hitzekleckse. Okay. Ja. So einfach weiter untersuchen. Passt schon. Ihr macht es super. Ja. 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 Wir schicken sie jetzt mal ganz verrückt hier in der Gegend einfach rum. Das ist doch gar nicht so wichtig. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen hier. Kämpfen. Mit kämpfen meine ich. Ihr wisst schon. Unsere Leute nicht unnütz hier versauern lassen. Ist doch blöd wenn die da einfach rumhocken. Halt. Stopp. Was haben wir gebaut? Die Bistrama Station. Ganz kurz angucken. Wie es da aussieht. Bistrama. Bistrama. Okay. Okay. Bistrama. 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 Würde ich sagen machen wir da auch mal eine Schiffswerft hin. Und da unten. Ja. Ihr werdet lachen. Ich rechne nicht damit dass wir so. Legere Trogen. Ich rechne nicht damit dass wir jetzt hier mega auf den Sack kriegen. Kann ich mir kaum vorstellen um ehrlich zu sein. Also eine Schiffswerft wird gebaut. Ok? Wissenschaftsstation. ein merkwürdiger umstand ein erkundungstrupp hat auf kiram prime eine verborgene fabrik gefunden die architektur und der grad ihres verfalls lassen auf eine alte zivilisation zurückschließen die sich vortrefflich auf den bau extrem haltbarer gebäudeverstand unsere bevölkerung könnte die einrichtung problemlos zur steigerung der kolonialen produktionsleistung nutzen verblüffend job fabrik das heißt wir haben arbeitslosen spezialisten okay cool dann werden wir hier bewohnermonteur ne geht nicht gehen clean dann wird es so geschehen okay wir wollen ja keine arbeitslosen haben was braucht man nicht bevölkerungsmäßig blöd eigentlich degradiert zu arbeiten muss gar nicht zum arbeiter degradiert werden okay die die yankee echt jetzt so spät oder so relativ spät im spiel lernen wir die kennen die haben wir ja schon früher ständig ganz am anfang schon gehabt neue forschungsoptionen frequenz feine abstimmung 33 einfluss und beendet den erstkontakt mit die yankee space weltraum war also war es doch okay neue stabilisation er habe ich will die station verbesserung habitat welt geile leite richtig gut okay die nanolegierungsgießerei auch richtig cool und wichtig aber kostet uns vier flüchtige und kümmer gar nicht das ist nicht was wir unbedingt möchten wir möchten die sternen festung weil es abgehen wird aber jetzt wieder replikator komplex wir machen die sternen festung jetzt wollte ich gerade irgendetwas machen und habe es vergessen und habe es vergessen wir produzieren 367 wie geht es unseren parteien die pierce traditionalists die gewinnen hier richtig an zugkraft noch mal zufriedenheit basis 50 prozent die auch leere hüllen minus fünf ansonsten haben die alles das plus und bei denen füderiert gibt halt 20 prozent das ist der unterschied füderiert das gibt es hier nicht bei denen trotzdem produzieren die momentan am meisten am meisten einfluss noch von allen die sind doch spiritualistische gesinnung right ethik ja jetzt spiritualistisch ist gut es ist alles gut xenophobie unterdrückt aha moment monatlicher einfluss minus eins ach so wir unterdrücken noch leute wir unterdrücken unterdrücken nicht leute wir unterdrücken euch nicht mehr alles gut ja nicht mehr gut super gut das wird einmal wieder geguckt haben weil jetzt zum momentanen zeitpunkt ist jetzt nicht mehr wichtig dass wir die unterdrücken so genau ein bisschen besser das kippe nämlich fast vier die gollanta herde gollanta sind große flache pflanzenfresser die in ihren körpern gas einlagerung gebildet haben aufgrund der sie einige wenige zentimeter über dem boden schweben können sie ziehen in herden von einigen wenigen dutzend tieren durch die windgepeitschten ebenen von pundra z 4a noch mal ich glaube ich habe gesagt dass jedes mal wenn das event kommt ja die fliegen okay aber durch die windgepeitschten ebenen ist da nicht blöd wenn man das über dem boden schwebt und keinen festen stand hat weil wenn der wind kommt versteht ihr der drückt ein jahr weg oder als sie ernähren sich von moosen und flechten da sie von den größten raubtieren des mondes gnadenlos gejagt werden noch zusätzlich zum winter die warten einfach wo sie hingetrieben werden und dann fressen die die dort und die fliege fliegen denen ins maul quasi schätzen unsere biologen auf der iss selrak werden die pendel dass es mittlerweile nur noch wenige hundert gollanta herden gibt eine dieser herden die aus neun tieren besteht wurde erfolgreich gefangen wird zurück nach rix gebracht und ich sage euch mal eine geschichte wir sorgen für den fortbestand dieser fliege auch alle vom museum für exobiologie angeforderten exemplare sind gefangen worden das museum hat sich zu einer gewaltigen einrichtung gewandelt in der generatoren für künstliche schwerkraften atmosphärischen atmosphärische prozessoren dazu verwendet werden die natürlichen umgebungen von über einem dutzend welt nachzustellen also von über zwölf also von 13 vielleicht besucher strömen aus ganz ort skog sacred nation herbei um seine wunder zu bestaunen hervorragend und es ging ab und einigkeit und credits und sozialforschung alles wir haben alles und der gesellschaftswandel ich raff das immer nicht dass ständig kommt es dass sie gesellschaftswandel haben aber die sind doch noch in der in der eisenzeit oder was die sind auch so weit weg davon in irgendeiner form was machen so viel eisenzeit ja aber sie haben kleriker jetzt sie haben auch noch kein neues haus gebaut ja sie haben nur die stein paläste und primitive wohnungen das war es bevölkerungsmäßig haben sie hier gelegt ist mit militaristisch der kleriker ist spiritualistisch alles klar unter der krieger ist auch spiritualistisch wo ich jetzt gedacht hätte der wäre militäristisch also diesen eher militäristisch tendenziell ich ja witzig ok naja mein sohn was machst du keine befehle schon wieder erste haupt blöd oder aber jetzt auch ein paar leckere systeme würde ich mal sagen in der ecke hier war auch nicht so verkehrt haben wir noch irgendeine singularity in unserem reich ich frage für einen freund nein ich frage für uns aber hier tut sich auch nicht mehr stagniert sich jetzt schauen sie auf den putz schimpfen machen auch nicht richtig auf die kacke und dann wenn es darum geht dann halten die die fresse schöner weil wir könnten nämlich unser nächstes habitat brauchen ich meine ja nun einen auftrag geben hier das zoppla habitat ja genauso weil dann würden wir mal nämlich wieder anders bauen wie sieht es auf jammer aus moment um in stern basis schiffswerft brauchen wir vielleicht noch mal eine popmer klasse ok verfügbare tradition was soll man in die ersten mal mit vorherrschaft auch nicht schlecht und haben wir nämlich zwei äh zusätzliche sternbasen ja und ich sag mal jetzt so wo wir hier da leeren bewohner sind und alles ja da profitieren wir von diesen von diesen strukturen vielleicht noch ein bisschen mehr als andere und da sind wir halt schiffsbauer ja unsere schiffe logistik feuerrate erhöht das ist halt kampf das ist halt gut gell bei der dominierung kriegen wir jetzt beim ja unser absolut unterhalt von habitaten ist um 20 prozent reduziert leute der unterhalt von habitaten und jetzt wo steht dran was ein habitat mich kostet jammer habitat wo steht jetzt wo muss ich gucken wo steht dann der unterhalt kosten habitat astro bergbau buchten minus zehn prozent produktion bergarbeiter plus zehn prozent schön dass ich das dann nie gebaut hat gell wo muss man nein was kostet mich sein unterhalt nicht ablenken was los kolonie entwicklungsgeschwindigkeit merkmale seltene planetenmerkmale blocker das hier ist ja nicht das ist ja nicht der und da unten produktion unterhalt ok gebäude 8 die gebäude kosten die distrikte kosten 4 und die metallurigen jobs kosten unterhalt lebensstandard ist ist das ist das der unterhalt leute ist das das was uns 20 prozent weniger kosten wird bitte nicht dass ich jetzt den denkfehler aber ok ist wenn das unten der unterhalt ist und der uns 20 prozent weniger kostet ja unfassbar und wir haben so viele habitate dann werden wir reich ok dann werden wir reich wenn das so ist gehen wir auf die dominierung gouverneure erhöht hauptstadt gebäude überwachen fähigkeit stufe der rest hört mich jetzt halt gar nicht an um ehrlich zu sagen der einfluss am schluss ist halt geil dann der einfluss ist gut und das ist gut also ich wäre ja prinzipiell eher alles gute sachen alles 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 gut also ich wäre prinzipiell eher von fort für vorherrschaft ja aber dominierung wenn wir dafür so viel geld mehr hätten am schluss wird die nachteile aufwiegen die wir dann nicht hätten wir hätten wir einfach mehr schiffe versteht ihr ok leute mit dieser schwierigen entscheidung lasse ich euch alleine ich überlege mir das noch mal ich tendiere momentan dazu wirklich die dominierung zu machen weil habitat hallo wir haben habitate unterhalb von habitat um 20 prozent reduziert ja passt doch oder was kann man da falsch machen ok leute macht's gut meine lieben habt einen schönen tag lasst ein leichter abo schreibt kommentar und drückt die glocke ihr wisst bescheid bis zum nächsten mal